hey willkommen zurück zum neue let's play hier mir schnappt uns diesmal shadowrun dragonfall das ist quasi zweite teile von der neue shadowrun teile von hairbrained schemes die firma das ist glaube ich zumindest der kerl der shadowrun auch erfunden hat und das erste war shadowfall returns war prinzipiell ganz okay es war nur ein bisschen doof dass man wenn man nicht wenn man nur ein hacker hat dann das war ein bisschen schlecht hat man zu wenig schade rausgehauen das war nicht so ganz gut balanciert guck mal wie es mit dem ist also das spiel ist quasi wie der vorgänger primär rolle spiel mit runde taktik kämpfe viel text der ist in der regel recht gut geschwebt zumindest war es beim vorgänger so und das ist halt für alle die es nicht wissen was shadowrun ist das ist so ein mischung aus science fiction und fantasy also mit hacker pistole maschine gewehre aber auch mit magia und elf rolle orks ist ziemlich ziemlich strange in so einer welt wo so großkonzerne eigentlich die macht haben und regierungen eher so unergeordnet sind wer bei den konzerne arbeitet hat in der regel gutes leben alle andere halt eher nicht so und das schauen wir uns jetzt mal an das muss glaube ich in berlin spielen dass wir auch schon mal was gut wir machen also ein neues spiel und die campaign deadman switch ist die campaign oder das ist was anderes aus okay mir spiele auf normal das denke ich ausreichend wir brauchen natürlich charakter wir nehmen wir sagen wir dann hier menschen wir haben plus drei kamer was war denn das noch mal kamer das glaube ich skill punkte eigentlich eher alles auf 9 ist auch okay elf hat mehr charisma hat hoher charismawert die frage auf was braucht man das nur ein zwerg oder was sagt sagt dwarf willpower das hat bestimmt was sind magie sie tun und die elf strength zwölf ein ork wo die 14 der ist relativ robust wahrscheinlich ein guter nahe kämpfer nehme ich an charisma 8 ein droll charisma 6 body 17 also mal irgendwie hauen will ist er wahrscheinlich okay wir wollen ja auch ein bisschen kommunizieren der ist also relativ okay was haben wir dann hier alles das ist die klasse die man immer können was ist das hier ach da kann ich mein eigener mache ich mich hätte vor genug davor aus also an straßen samurai ähm key attributes body strength or quickness close or ranged combat das ist doch schon mal gut ja wurfwaffe ausweiche seht sich gut an mage okay gut klar willpower und der hat eher zauber sprüche ähm decker das ist quasi der hacker in dem spiel oder nah wo drohner auch hat ähm ne will ich jetzt nicht unbedingt spiele das wäre zwar sehr interessant aber wie gesagt ich habe nur schlechte erfahrungen aus dem vorgänger da habe ich mich voll auf hacking spezialisiert und im endkampf hat es mir überhaupt nichts gebrungen also eigentlich in die seltenste mission schamane ach so der kann gar nicht so totems genaussetze eure charisma ich kann geister beschwöre rieger das ist rieger nummer hacker weiß ich gar nicht mehr ne ich glaube rieger ist der mit der drohne stimmt genau war nicht schlecht aber ich was das physico adapt depth am medica active characters aha ach so du du nicht in den zauber wo ich eher mich wusste using their magic to enhance their close combat abilities okay key skill g casting okay den haben wir halt mit dem so gar nicht ähm charisma wo braucht man überhaupt charisma davor sehr guter schamane aber das will ich eigentlich nicht kann schon bestimmt auch weakness ist doch bestimmt nicht schlecht was wir angreifer ich glaube ich mache trotzdem das street samurai die heute hätte ich nur stoff also das kann ich ihn hier machen ach so nö du wählst auch was schönes aus das hat doch was so bisschen was vom jedi nimm mal das spend your karma okay das sind jetzt quasi genau die fähigkeitspunkte wo machen wir haben sechs stück das haben wir hier alles body the resistance to physical damage okay dann kann ich ja die hilfe und so auto müsste ich direkt sechs punkte ausgabe halt das so sagt halt ich brauche sechs punkte fall denn es wird sagen auch wenn ich das durch und hand das ist eigentlich egal wenn ich das hier jetzt wähle endlich hier null das wurde man natürlich nicht also noch nicht quickness gut das ist wahrscheinlich wie man ausweichen kann genau da brauchen wir ziemlich viel und dann haben wir hier quasi unsere genau range combat das ist das wäre cool aber wie gesagt da habe ich nur noch zwei punkte ausgabe ich würde sagen unser waffeskills drei immer hoch deutsches ausweichen wer nicht schlecht strength ok das ist eigentlich eher von nahe kämpfer wie weit man granate schmeißen kann strength will ich eigentlich nicht unbedingt machen intelligence das ist wahrscheinlich ah das war rica mit ihrer drohne gut das sind wir eigentlich nicht das können wir wohl komplett ignorieren willpower ok das ist für die magia das sind wir eigentlich auch können kass und kass ding war das ist der etwas hat und der alles dinge mann auf ist sie interessant an charisma control spirits okay das ist wahrscheinlich dann eher genau das ist für die schamane das so nehmen wir gehen wir auf gewehre kleiner moment sorry okay throwing weapons nehmen wir nicht nicht anarmt dass ihr schon mal auch nicht an die stopp ich mir auch falsch hier will ich doch in die hand pistol smg shotgun rifle rifle hält sich doch schon gut an das nehmen wir dann können wir ein shot was sind das shotgun bestimmt nicht schlecht oder genau wenn man direkt vor ihm stehen ist das doch immer gut pistole würde ich sagen ich weiß es nicht was wir haben am anfang an das da hört sich doch mal sinnvoll an jetzt hätte ich noch drei punkte critical damage burst fire mama so arg habe ich jetzt noch einer könnte ich in smg schräg oder ich hebe meine ruf smg will ich eigentlich nicht ich mache das so einfach nur einer hebe ich mal auf so schusen etikett how to behave in various social situations ok ok du kann mal bei in einer haltung dann eventuell was ausreisen das not cost karma wir haben nur eine so könnte ich das nicht angezeigt was sowas ist das mal bei die corporates ok das ist wahrscheinlich denke ich irgendwie so hat man wahrscheinlich wenn man mit firmen mitarbeiter spruchte denke ich mal security könnte man unschüchternd wirken gang ok das ist für die street gangs social light was ist das nun mal so wahrscheinlich eher für die feine leute shadowrunner wäre vielleicht nicht schlechtes street akademik akademik machen wir mal oder das street 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 genau so und ok nehmen wir jetzt den name was kann ich nicht doch muss ich rein klicke time agent natürlich ok so das ist ja dann immer wenn ich richtig informierten quasi in so job also wie jetzt wenn der gangstabande in bruch plant das wäre dann ein run easy jobs regular pay genau und so free city of berlin a grand experiment in social order corporations street carefully here the great dragon ach das wird ja auch noch was stimmt ach da ist all die kollegin von uns die monika schäfer und da haben wir jetzt run mit der so ok das ist ja immer so klasse bei den spiele also die ganze texte ich werde es natürlich jetzt nicht komplett vorlesen kann man ja dann video anhalt es selber lesen was ich noch sagen wollte bei den texte die so in eigentliche klammer sind lassen hat so mehr so beschreibungen das wird dann zum beispiel auch in englische klammer stehen glaube ich finde es in einer total pissig ist oder ja da keine ahnung wenn es halt ja sind sagen wir so stimmungsvolle beschreibungen im großteil wir sind einmal da in darkness sind wir ok ist es vor inbrecher auch nicht schlecht the night is peaceful genauso in burned last ja ja das kann man vorstelle ähm ja the pleasant illusion set will shatter at the second of the first gunshot ist ja schon mal gut an die monika aha aber genau immer so beschreibungen auch so ok mit der heute mal schon mal was zu tun und ich glaube ich glaube ich diese schnittstelle wo die hacker haben also sind unsere hackerin und team leader ja äh dekka drag hot dega to boot track wahrscheinlich so slang ausdruck ok merner da ist viel zeit zehn minuten hat ja schon gut geplant dietrich das ist er hier dann trying to get home in time for worm talk genachte schamane the old man of the team of the tattoos ja so wieder so was ich gerade wie sie reagiere und nicht schlecht ja der hat nichts von der tv-sendung it´s educational ähm milk run ja schauen wir mal ob das so einfach wird security is supposed to be light ähm ok da kann ich jetzt was sagen works for me let´s get paid ähm ja words of wisdom from our new edition oooohh sie stimmt mit uns in super glory razor cloth street samurai a voice is cold and neutral ooooh street samurai weil die ist wahrscheinlich eher was grobe zuständig was ganz grobe mhm 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 you need to relax ja ok ähm eiger ah troll troll oder oder das ist ein ork ne das ist eigentlich die orks sind wir denn jetzt hier ein troll haben wir so hören na ok die ist nicht bei uns die ist irgendwo anders da wie im comlink mhm ok ok just doing my job mhm see we professionals ok mir soll also vorher klient das klauen das ist immer quasi beruflich hier is that quick twice die will die sendung wirklich sehen ich muss mir das vorstelle wie sie hat dann so aufgrund so hoch zieht was geht ab mit denen mit ihrer tv sendung i told you it's educational ok get your stuff and we'll head in gut einfach hier draufklicke soo grab a weapon ahja ok jetzt kann ich was aussuchen dann will ich auf jeden fall a rifle hunt das haben wir ja zwei mo geskillt und rest of your kit basic mad kit grenade trauma kit also mad kit ist klar trauma kit weiß ich gar nicht mehr was das soll ok objective complete new objective enter the building habe ich ja auch eigentlich irgendwie achso ne stopp da ist denn das stimmt genau wir sind jetzt nicht mehr kampf also sind wir auch momentan nur nicht runde basiert eigentlich müsst oh hier ist was ne hab ich grad aufgeklickt ne stimmt genau ähm eigentlich müsst alles mit dem ich interagieren kann markiert sind hier ne die kommt dann wahrscheinlich mit ist das hier in die Richtung muss ich oder wie achso das da ähm na das ist die Richtung oh my god keine ahnung das da ist unser Menü genau äh cool mal da muss man auch schon hier drin das ist unser Kondostand ok objectives so können wir nochmal gucken was man machen muss das ist nochmal genau die Beschreibung vom Anfang Mission Items haben wir noch nichts ähm was bist du achso das ist das ah jetzt gibt es keine Beschreibung ok das sind unsere ganze Stats das ist ok das ist unsere Waffe was ist denn das da nochmal restore a teammate to life ah ok der Traumarket ist wenn jemand niedergeballert wurde ok cyberware achso stimmt genau das sind ähm so äh implantate wenn ich mich verbessere kann so bisschen Deus Ex mäßig das soll es wahrscheinlich laden speichern alles klar oh oh war das so im ersten DLA schon ich glaube movement achso gar das ist cool die Hilfe ja ok das ist klar den AP das war vorher schon so jo ok ähm wie geht das zu so genau dann hier kann ich drin ist hier unten noch irgendwas nein ist aber die Figuren so sehen hier bisschen komisch aus aber so finde ich vom Stil her hier das ist alte Schloss das Schloss kommt schlossig rüber ok das ist halt ziemlich modern diese Solarzelle aber kommt noch ganz gut rüber ok keep the team alive ja können wir mal versuchen get to the lower level lower floor so ist hier irgendwas was ist denn das du am Motorrad keine Ahnung ups Kompensator open the door private museum jo das ist bestimmt nicht billig so kommen wir hier was inspect gucken wir mal was wird denn das ok das sieht dann letztendlich billig aus was denn was hier ähm die was sieht wertvoll aus ok fixe das ist glaube ich unser dealer oder so oder eher gesagt wenn er der von uns Sachen verticken kann gucken wir doch eigentlich aber auch ganz okay aus wenn er so ein bisschen ranzoomt ist auch nicht schlecht ok wir können hier hier ist es Klaas in Hauer naja wir geben uns mal professionell ok so kann ich jetzt einfach so irgendwas hier ist zu also nur zwei Möglichkeiten wenn wir schon hier sind können wir gerade hier hingehen ups hallo what the hell ok gut jetzt mal im turn-based combat ob ich weiß wie das geht so oder also ich bin ja so jedenfalls dran hier kann ich wahrscheinlich umschalter anarmt kommen wird das wohl immer gar nicht wir haben hier so also hier stehen wir aber völlig in die prärie das dürblich ist nicht was denn das hier keine ahnung aimed shot der kann schon ein bisschen länger dort bleiben 10 damage 0 damage 10 achso aimed hat dann nur ähm um 15% besser was ist das a burst two attacks in one action ach critical ok so ich würde sagen ich frankiere den dohmol ne geht schon gut an äh achso ok jetzt crit 28 ah ok gut 82% crit 0 das gibt's doch nicht ex-kommodabat so was ist das für any das ist die monika dann sie hier single shot aimed shot ähm wie ist das hier kein cover sowas seltsam den habe ich noch so typische unser person fast grobe adversive damage aber die kann doch bestimmt ach die hat zwei granate dabei oh ja basic swipe ähm funktioniert das jetzt wenn ich das einfach so mache oh ja so den faktor halt vorbeigeschuss hat was soll das du mal hier hin hier 50% gar wenigstens sie trifft und mage die kamera kann ich leider nicht drehen das ist so ein bisschen doof ok hier kann ich und das ist jetzt wahrscheinlich eher blöd wenn ich hier so feuerball hinschmeiße nämlich halte wurf man sagen hier ist ja schon hier hin line of sight blockt ach die waldfee na dann geh halt mal hier in deckung mach schon du jetzt boah ey ey gut die halt wahrscheinlich auch nicht was aus so kann ich jetzt nur 80% das du gibst du nicht ok wenigstens habe ich zwei schuss munition ist irgendwie kein thema ach wow endlich ok ähm monika oder Dietrich beim wurfmesser mach ne platt doch gut das gibt es doch nicht die sind so drauf kannst du jetzt bitte oh yes der hat noch einen blutungseffekt aber wie man sieht ja ein richtiger blutungseffekt ähm gut terminal hier kann man was machen oder security oh warte mal warte mal monika du bist doch äh profi hacker kannst du hier was machen decking 2 override matrix operation store lock das machen wir doch mal oder ah ja und jetzt moment kugel ziehe ich jetzt gerade das ist hier eventuell uff ähm komm du mal durch her enemy turn wie wo kommt die her uff frechheit 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 sowas guck mal du das ist echt uff geil ähm das bin ich ähm das bringt mir jetzt eigentlich wenig ähm das sind sie wie weit kann sie rennen sie rennt auch mal weit hat noch genug Energie ähm monika ach hier ist keine deckung fand nix er ist doch zum brechen da du mal hin ich geh mal ne warte monika hm das erste mal hier eine feuerschutz gibt es hier leider nicht security guard not enough AP äh Dietrich ach Dietrich hätte keine ah wie ich doof warte mal Dietrich kennt ah moment ist das doch 4 AP kannst du das doch machen nein kann er nicht nein was habe ich jetzt nein weg ähm du könntest mal hier hingehen dann kann ich sie eventuell hochrufe Ende 50% nein was habe ich jetzt ah wieso bist du angelaufen bist du dumm oh das noch ne wow 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 Glück muss man haben ähm boah vielleicht hätte ich arse oder so Charakterspiel das ist ja voll cool 99% dann 2 Schuss zack also erst mit dem Blatt nötig kann ich dann auch noch oh ja sogar noch getroffen ähm Monika wenn man die Kameradrehe kennt Monika geh mal hierher 50% yes und nu so okay okay sehr schön guck mal die erste 2 Kämpfe haben wir schon mal geschafft dann gucken wir mal was es hier gibt weil hier konnte man ja aufmachen so oh oh was ist denn das check in select a Decker to check in sieh hier okay okay das könnte man machen ich würde sagen das machen wir auch aber das machen wir erst beim nächsten Morgen wir machen nämlich hier kleiner Cut und dann kann ich auch gerade die Cuts drin lassen das passt gerade und beim nächsten Morgen geht es weiter bis dahin dann bye bye